Hallo ihr Lieben, das ist eure Koch-Eule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen kleinen Reminder für euch und zwar läuft noch bis 2.10.2022 eine wirklich mega tolle Aktion. Wir haben da ein Video dazu, schaut einfach rein, da seht ihr wirklich ganz genau, was ihr da kriegt aktuell zu eurem Thermomix. Kurz zusammengefasst, ihr könnt euch entscheiden, ihr kriegt Thermomix oder Thermomix plus Lover Set, wo ein Gleitbrett gleich integriert ist, das sagt es einmal. Und könnt ihr dann noch entscheiden, ob ihr dazu noch einen zweiten Mixtopf natürlich um einiges günstiger auch noch dazu gleich wollt. Das ist so das aktuelle Paket, das ihr hier zusammen schnüren könnt. Das findet ihr, wie gesagt, zum einen in dem Video, zum anderen auf meiner Webseite, alles ganz genau erklärt. Jetzt habe ich aber nur ein Goodie für euch und zwar ein extra für alle, die jetzt bestellen bis 2.10. Und zwar bekommt ihr von mir, vielleicht kennt den jemand, den wirklich heiß geliebten, von mir heiß geliebten Mixi-Meiser, der in diesen Mixtopf reingehört. Wir verlinken euch da auch gerne das Video, dass ihr euch von dem ein Bild machen könnt. Den zum Kauf dazu, der hat hier direkt bei mir bestellt. Und eine Kocheule-Teigblume, Teigtwister, wie auch immer, mit Kocheulen-Logo. Und natürlich steht auch Kocheule drauf, in einer beliebigen Farbe natürlich. Ja, und ich würde mich einfach extrem freuen, wenn du zum Beispiel noch keinen Thermomix hast und einfach nur so am Überlegen bist. Schau dir einfach die Aktion mal an, vielleicht ist das genau das Passende für dich. Und wie gesagt, zu dem Mega-Paket jetzt noch diese zwei Goodies on top von mir. Ja, also besser geht es eigentlich kaum mehr. Du möchtest ihn vielleicht zu Weihnachten verschenken, einfach schon vordenken. Ist doch kein Thema, wenn man den jetzt sich schon organisiert, ein bisschen Lieferzeit mit einplant und dann sich noch Mega-Goodies holt. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt, von jedem von euch zu hören. Ihr könnt euch ja gern unverbindlich bei mir melden, einfach mal nachfragen. Und aktuell lauft da übrigens noch die 0%-Finanzierung. Das heißt, für alle mit österreichischem Bankkonto ist das auch nur ein Thema vielleicht. Wenn ihr dazu Fragen habt, natürlich genauso direkt an mich wenden. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt von euch, von dir zu hören und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe. Tschüss.